Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Band von Final Fantasy 9. Wir sind hier im Schloss Alexandria unterwegs mit dem Hauptmann Steiner hier, dem Hauptmann der Pluto-Truppe, mit seinen überdimensionalen großen Schuhen. Und wir haben von Königin Prane den Auftrag bekommen, Prinzessin Garnett zu suchen. Zwei unserer Pluto-Einheiten, Pluto-Soldaten, sagen wir so, haben wir ja schon kennengelernt, den Marktwart und den Kochel, die zwei Vollpfosten, muss man echt so sagen. Aber naja, mittlerweile haben sie eine Ersatzrüstung an und sind auf der Suche nach der Prinzessin. Also dann, machen wir weiter. Vorhin kam hier eine in einem Umhang gehüllte Gestalt vorbei. Aha, okay. Und bei dir da? Da rennt ja jemand. Und vorhin kam hier eine in einem Umhang gehüllte Gestalt vorbei. Im Kennenberg dasselbe. Kannst du sprinten? Ich glaube nicht. Was bist denn du? Deckmeister. Tischlein, deck dich. Joho. Ah, ja. Aha. Oh, warte, hier? Bist du das? Ja, das war er, glaube ich. Ich möchte nämlich schauen, ob es hier irgendwas versteckt gibt. Man kann ja nie wissen, nämlich. Ich weiß, ich spreche es wieder falsch aus. Ist mir aber wurscht. Hallo. Zwiebelmeister. Willkommen zu drehen. Die Arbeit ist immer zu holen. Äh, hm, war da gerade was? Küchenchef. Dann, das muss schneller gehen. Zeigt, was ihr könnt, köcht. Köcht. Ach, ohne Ente, kocht. Ja. Und du da? Küchenchef. Ach so, das muss wieder er. Ich wollte eigentlich mit dem Kerl da reden. Guckelmeister. Kutzelmeister. Schwörebröde, schwörebröde, johoho. Und du? Herdmeister. Ohne ein feines Feuerchen geht nichts. Joho. Da los. Lasst uns schneller gehen. Gebt jetzt mal glas hier. Aber sonst ist hier nichts. Au. Bau. Bam, 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 da ist nix lau. Dann schau mal auf die andere Seite. Ob hier vielleicht was ist? G'schauen kostet ja nix. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt's hier irgendwas für uns zu. Wie die, 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 die. Immer diese Hatscherei. Wer bist du? Märchenheim, Blutersoldat Nummer 9. Puh, was hab ich cool Dampf. Weil ihr jämmerlichen Waschlappen immer nur quengelt, sind Alexandries Männer so in Verruf. Reist euch zusammen um Himmels Willen. Schlechter Ruf hin oder her. Gutes Essen soll man nicht stehen lassen. Alter Schwere, die Moral von diesen Männern hier ist ja unter aller Sau. Unter aller Sau, echt wahr. Jetzt könnte ich total gemein sein. Ich könnte jetzt gerade echt richtig frech sein. Soll ich mich trauen? Es heißt ja immer, ne? Frauenfußball und so. Die Frauen sollen angeblich mit mehr Motivation spielen als die Männer, ne? Könnte man jetzt diese Soldaten aus Alexandria mit dem Fußball vergleichen? Ja, angeblich sollen die Damen auch nicht vor Blessuren sich fürchten. Er schäpert vor sich hin, ne? Mal schauen, wo's hier lang geht. Ein Durm ist nämlich eine Sackgasse, glaube ich. Also, es ist noch nicht nur ein Durm. Hallelöcher. Geh leert an. Königin Prane befahl mir, ihr die Folianten über die Bestia zu bringen. Aber hier sind ja so viele Bücher. Hier irgendwas versteckt. Schaut nicht so aus. Da drüben irgendwas versteckt. Auch nicht wirklich. Gnädiger Herr, was hast du zum Erzählen? Gelehrter. Heute habe ich Prinzessin Garnett noch nicht gesehen. Gut, da ist auch nix. Klass. Alles, alles hoffnungslos da. Alles unfassbar. Das gibt's ja nicht. Wo ist sie denn? Kein Retschpolis verschwunden sein. Noch mehr Gelehrte. Ah, da haben wir was. Reich Alexandria, Dorf Dali. Ein Bauernhof in der Nähe zur Grenze liegt bloß. Aha. Wer bist du? Prinzessin Garnett. Lass mich nachdenken. Die habe ich hier nicht gesehen. Alter, du Schlaftablette. Da ist auch nix. Was bist du? Wer bist du? Ebenfalls ein Gelehrter. Ja, klar. Die Vorlage zu deiner Taube möchte ich sein, die ich für die Prinzessin heraussuchen soll. Wo hab ich die nur hingetan? Alter, Schwede. Und du? Dieser Gruppus Gaius, den ihr hier seht, den schenkt es seine leider viel zu viel verstorbene Majestät, der König, der Prinzessin, einmal zum Geburtstag. Ja, ja. Was war's? Und wer bist du? Also was und wie? Wie es um Professor Tutu geht, dem ehemaligen Hauslehrer von Prinzessin Garnett. Na ja, hoffentlich gut. Oh, und wer bist du? Lauda. Niki Lauda, etwa? Blutersoldat Nummer 4. Also, ich wollte ja schon immer viel lieber meine Tage damit verbringen, Gedichte zu schreiben als Soldat zu sein. Lauda, gewährt ihr mir den Austritt aus der Blutertruppe? Du darfst gehen. Das geht grad nicht. Das geht nicht. Sag einmal, spinnt er komplett? Das geht doch nicht. Was meinst du, Kerl? Du bist doch erst seit letzter Woche in der Truppe dabei. Hör auf zu quengeln und geh sofort die Prinzessin zu. Oder es setzt was. Ja, ja, schon gut, schon gut. Mami. Es ist unfassbar mit meiner Truppe. Unfassbar mit diesen Wurschen. Lauter Deppen. Echt. Das ist halt so. Anständiges Personal und so, ne? Selten, selten, selten. Ach, du liebes bisschen. Ja, na, 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 na. Oh, na, na, na. Ah, das Theaterstück scheint ein großer Erfolg zu sein. Aber wenn ich die Prinzessin nicht finde, bevor es vorbei ist, dann gibt es einen sauberen Anpfiff von Prinzessin, Prinzessin, genau, von Königin Bran, Entschuldigung. Ich bin schon ganz durcheinander. Und außerdem werde ich dann wieder zur Zielscheibe des Schmutzers, auf einem neuen Boss für Pea Tricks läuten. Ich muss mich beeilen. Prinzessin, wo bist du? Die Prinzessin habe ich nicht gesehen, aber zwei von der Pluto-Truppe kamen gerade vorbeigerast. Interessant. Ah, Bengel, hast du etwas gesehen? Bluto-Soldat Nummer Irgendwie Also hier ist niemand vorbeigekommen Gott, sich fix, das kann ja nicht sein, wo sind denn die alle hin? Ach, das ist echt unfassbar, da bleibt nur noch ein Turm über Echt unglaublich mit der Bagage hier Da sitzt auch einer Hallo, spinnst du? Hagen Bluto-Soldat Nummer 8 Ach, einfach nur da sitzen und ins Wasser starten Balsam für die Nerven Hauptmann, leistet ihr mir Gesellschaft beim Entspannen? Entspannen, sagt er Schwingt deine müden Knochen hoch und sucht die Prinzessin Kellen Auf Befehl ihrer Majestät Ach du Liebe, Güte, das ist ja eine Tragöte Verlasst euch auf mich Ich werde die Prinzessin unverzüglich finden Ich gebe alles Trottel, lauter Trottel Da nicht und hier ist sie nicht und drüben auch nicht Es ist einfach nur unfassbar Gnädigste, hast du irgendwas gesehen? Oh, Herr Hauptmannsteiner Es ist mir eine Ehre Ich bin erst seit gestern hier Ach, Heilige Ich habe auch das Gefühl, du bist von gestern Oh, da haben wir auch noch jemanden Weimar Bluto-Soldat Nummer 7 Hör mal, Schleckchen Wollen wir nicht mal zusammen ausgehen nach Tränen vielleicht? Also, naja, wie ich mich so anschaue Ich weiß nicht Kerl, was treibst du da? Nimm die Beine in die Hand und find die Prinzessin Ja, jawohl Zu, zu Befehl Jo So, ein Trottel Die Kerle von der Bluto Bluto, genau Die Kerle von der Bluto-Truppe Probieren es ständig Es ist so anstrengend Ja Ich, es tut mir leid Ich muss mich für meine Deppen entschuldigen So, wo geht's hier lang? Nirgendwo Äh, Moment Ist da irgendwas versteckt? Nein, wer, das ist aufgeleuchtet, ne? Es ist einfach nur unfassbar mit meinem Mit dem Personal, echt Haben wir hier irgendwas versteckt? Nein, da irgendwas versteckt? Dann gehen wir mal da rauf Der einzige Weg, wo wir noch hin können Ach ja Oh, da geht auch jemand Na, wir machen da Pause Keine Ausdauer Mein Freund Wayroid Ich, ich hoffe mal, das sagt man so Wayroid Ich hoffe mal Äh, Bluto-Soldat Nummer 6 Ich bin Äh Ganz schön aus der Brust Oh, mein Gott Äh Hauptballsteine Haltet ihr euch etwa auch neuerdings Jeden Tag mit etwas Treppensteigen vor Nein, nein, nein Und nochmals nein Nichts dergleichen Ich bin auf der Suche nach Prinzessin Gareth Ist es etwa Ist sie etwa da oben? Hast du sie gesehen? Äh Nun Ich war gerade auf dem Weg nach oben Doch da bekam ich plötzlich So gemeines Seitenstrich Ich bin voll fertig Lauter Depp Ich sag's nochmal Lauter Depp Unfassbar Ohne Durchhaltevermögen Es ist echt schlimm mit den Leuten hier Na, nicht Ich bin 33 Jahre alt 33 Und bin fitter als alle Als alle Soldaten in ganz Alexandria Das ist ja nicht so kaum sowas Nichts? Unfassbar Na Also wirklich Aber ehrlich gesagt Puh Ich bin fix und fertig Wer hat diese Stufen gebaut? Da wäre ein Lift viel praktischer gewesen Oh Ah, ich muss mich zusammenreißen Für die Prinzessin Ich muss sie finden Für die Prinzessin Ich muss die Prinzessin finden Jawohl Moment mal Das ist doch die Prinzessin Verfolg von einem Räuber Prinzessin, ich eile Verfolg von einem Räuber Achja, der Steiner ist halt echt ein Spezialist Hm, na nu Wo ist Garnett bloß hin? Uff Oah Oah Oh, hier geht's nicht lang Alles klar, Burschen? Gangspieler Ob Walzerrupa oder Samba Ich fädel dir alles Ay Karamba Und du da? Drü 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 Hossa Hossa, war das ein schnuckling Ding Hm Und du da? Dirigent Hey, Zitane Was treibst du denn hier? Soll es du nicht auf der Bühne sein? Naja Hm Simpelspieler Du störst Siehst du das denn nicht Und du da? Drü 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 Geht in Mark Äh, geht in Mark Und bei Mein Gedrommel Was? Ja, wie so ein Marsch Gebläse Äh, gebläse Dingens Ist da hinten was? Nope Nix Nada Null Äh, hier? Nö, das ist wieder er wahrscheinlich, ne? Jaja Ist da was versteckt? Nö Dann schauen wir mal, wo die Ui Ah Wat soll dat? Hey Du da? Wenn du mir so Ohrähmer tust Dann entschuldige dich Wenigstens, ne? Ähm Ich Ich bitte um Verzeihung Ich war in Eile Und da Also Wirklich Wo ich Doch jährlich Ob die Blü Bin muss da Ich kann den Dialekt Entschuldigung Haben wir da irgendwas? Nö Na, meine Damen Alles in Ordnung? Hey, Zitane Hör doch mal Die Kleine da Die hat nicht all das Im Schrank Wie auch immer Lass mich durch zu ihr Augenblick mal, ne? Wat Was ist hier Was ist hier eigentlich los, ne? Äh, halt, warte Ruby Wir reden später Und versteht halt Ich bin da rein Äh, durch Kann man da rein? Noch nicht, ne? Ist da hinten irgendwas versteckt? Nein Dann da Puh Endlich zur Vernunft gekommen Hm War wohl irgendwie anders geplant Aber das macht die Sache Aber das macht die Sache Nur noch einfacher Ja, ich bin das Ihr gehört doch zur Schauspieltruppe, oder? Verflickst sie ab mich Ich weiß nicht, ob ihr euch Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid Aber Ich bin In Wirklichkeit Und ich habe eine große Bitte an euch Würdet ihr mich bitte auf der Stelle entführen Äh, wie, was, was? Äh, wie, wie bitte? Nun, ich, ähm, ja Ähm, Prinzessin Seid ihr es? Seid ihr es? Oh nein, sie suchen mich schon Naja, wirst schon deine Gründe haben Okay, überlass einfach alles mir, Schnudelchen Ich danke euch Ich stehe tief in eurer Schuld Nun, verehrtes Prinzesschen Ich erlaube mir hiermit, euch zu entführen Du bist ja ein Schelm Was drödelst du da so rum? Du kimmst her und zwar fix zu fix Ha, wer ist denn das? Gar nicht Du brauchst dich nicht zu fürchten Das ist Sina Ein Kumpel von mir Ach, so ist das? Ich bitte vielmals um Verzeihung Ich hoffe, euch mit meiner Reaktion Nicht beleidigt zu haben Naja, aber eigentlich kein Wunder Dass du bei dem seiner schrägen Fresse So erschreckst, Prinzessin Was ist? Ein ganzer schöner bin ich Hast mich sie fix? Prinzessin Sacklzement Schnell furt sie fix Los Schnell Sina hinterher Okay Prinzessin 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 Kuckuck Prinzessin Prinzessin Na, wer bist denn du? Aha, der Herr bequemt sich auch endlich. Ich, ähm, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Prinzessin, wo du sein tun? Ey, Sina, das ist doch ne verdammte Sackgasse hier. Hehehe, ich hab alles im Griff zu fix. Zack. Ich hab da keine Volltier. Prinzessin. Schnee, spring an Sie, Fies. Ist die Prinzessin etwa da unten? Ich, ich springe schon, Hauptmann. Kerl, was machst du da für Faxen? Ha, ha, Hauptmann, ich stecke fest. Gah, verdammt nochmal, du Trottel. Hihi, ha, ha, reingelegt. Alter Trottel. Oh, Maschinenraum, ne? Welch graziler Sprung, Prinzessin. Da könnte ich mich ja glatt verlieben. Brrrr. Äh, ein leichtes. Schon vergessen, wie ich vorhin entschlossen den Turm hinuntersprang? Wie könnte ich? Du bist ziemlich, äh, du bist eigentlich viel zu schade für eine Prinzessin. Bitte, lass uns dies ein andermal besprechen. Wir sollten gehen. Hehehe, Zitane, der Stelzbock, ne? So, und auch hier darf ich jetzt nicht zu schnell agieren. Da gab's nämlich noch irgendwas. Hei, Schnucki, was sollen wir denn jetzt nur machen? Ja, ich weiß schon was, aber zuerst muss ich was suchen gehen. Gleich, wenn das Sticke aus ist, nachher tauchen wir ab. Kannst du sicher sein, Freund, ne? So, irgendwo da gab's mal was versteckt. Bild ich mir jetzt schon wieder ein. Auf jeden Fall müssen wir da irgendeine, also eine Hebel müssen wir auf jeden Fall auch betätigen. Hier kommt vor, oder war das wirklich nur, ich dachte immer, da gab's ein Item. Hm, hat mich wohl geirrt. Entschuldigung, das war jetzt gerade ein Schuss in den Hof. Dann machen wir hier. Das Ventil nach links drehen. Machen wir mal. Oh. Ah, jetzt da. Sehr fix. Wenn's den Motor drückt so, oh, wie drast, stürzt man nachhert noch ab, sehr fix. Das radelt sofort nach rechts dran, aber flott. So war das, stimmt. Ach, und jetzt noch einmal, und zwar nach rechts, dann kommt nochmal noch eine drüber. Ja, sehr fix, spinnst du oder was? Wenn's den Motor drückt so auf, wie drast, dort fliegt das Schiff noch in die Luft, sehr fix. Das radelt sofort nach links dran, aber hoppa. Sehr gut. Gut, dann gehen wir noch schnell die Items holen. Und dann werden wir den Part auch wieder beenden. Phönix Daune. Das ist eine verbesserte Phönix-Feder, aber die werde ich aufsparen, denn da können wir nämlich Fähigkeiten lernen. Und da eine Phönix-Feder. Supi, wenn man das Wort in den Mund nimmt oder vom Dorf verspricht, je nachdem. Na prima, ihr lieben Herzchen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.